So, schauen wir mal, wie das Ganze hier, ob man hier Disziplinball zu entlasten lässt, auf der ersten Kopenpassage. Landstupe ist einer zu gut gegangen, einen Sturz in Handlässt, die hier, und zwar, der Motorrad liegt mitten auf der Straße, zwei Fahrer sind miteinander kollidiert hier, aber die Fahrer sind okay.